Der Prolog von Orit vom 15. September Gedenken Der heilige Märtyrer Nikitas war von Geburt Gote. Er war ein Schüler des heiligen Theophilus, des Bischofs der Goten, der im ersten ökumenischen Konzil teilnahm, Nikea 325. Als der gotische Fürst Athenarik Christen zu foltern begann, trat Nikitas vor den Fürsten und verklagte ihn wegen seines Heidentums und seiner Unmenschlichkeit. Daraufhin wurde er gnadenlos gematert. Doch Nikitas bekannte seinen Glauben an Christus noch stärker und betete mit Danksagung zu Gott. Sein Geist war unablässig zu Gott erhoben und auf der Brust unter seinem Gewand trug er eine Ikone der allheiligen Gottesmutter mit dem urewigen Christuskind, das das Kreuz in der Hand hält. Der heilige Nikitas trug diese Ikone bei sich, da ihm die allheilige Gottesmutter erschienen war und ihn getröstet hatte. Schließlich warfen die Folterer diesen Soldaten Christi ins Feuer, wo der heilige Märtyrer seinen Geist aufgab. Sein Leib jedoch blieb vom Feuer unberührt. Sein Gefährte Marianus holte seinen Leib aus dem Land der Goten, Walachai und Bessarabien, und brachte ihn in die Stadt Mopsuestia in Kilikien. Dort baute er eine Kirche, die er dem heiligen Nikitas weite, und legte die wundertätigen Reliquien des Märtyrers dort nieder. Nikitas erlitt das Märtyrium im Jahr 372. Der heilige Philotheus stammte aus der Ortschaft Mirmix oder Mravin in Kleinasien. Seine Mutter hatte denselben Namen, nur umgekehrt, Theophila. Philotheus war Priester und zu Lebzeiten schon ein großer Wundertäter. Einmal verwandelte er Wasser in Wein, ein andermal vermehrte er Brot auf wundersame Weise. Er entschlief im Herrn im 10. Jahrhundert und seine Gebeine verströmten Myron. Der heilige Märtyrer Porfirius wurde in Mimosa geboren. Zuerst spottete er vor Kaiser Julian über die Christen. So parodierte er einmal das Mysterium der Taufe und tauchte sich selbst ins Wasser ein, wobei er die Worte sprach im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als er aus dem Wasser auftauchte, rief er, jetzt bin ich ein Christ. Alle lachten, weil sie dachten, dies wäre nur ein weiterer Scherz. Doch er blieb standfest, hörte auf, das Christentum weiter zu verspotten, und schließlich litt er für Christus. Er wurde im Jahr 361 enthauptet und nahm seine Wohnstadt ein im Reich Christi. Die heiligen Märtyrer Theodotos, Asclepiodotos und Maximus waren alle geborene Adelige. Sie erlitten das Martyrium für Christus in der Ortschaft Saltis nahe Fulipolis, zwischen 305 und 311 und gingen ein ins himmlische Reich. Der heilige Bessarion der Wundertäter, Erzbischof von Larissa. Bessarion gründete das Kloster des Erlösers in der Diözese von Larissa. Er wurde durch seine Wunder verherrlicht, sowohl zu Lebzeiten als auch nach seinem Entschlafen. Der heilige Neumärtyrer Johannes von Kreta erlitt das Martyrium für den christlichen Glauben aus den Händen der Türken in Ephesus im Jahre 1811. Der heilige Iosif, Bischof von Alaverdi, war einer der 13 syrischen Väter, Gedenken am 7. Mai, die in den Kaukasus gesandt wurden, um das Evangelium zu verkünden. Der heilige Iosif entschlief im Herrn im Jahr 570. Seine wundertätigen Reliquien ruhen in der Kathedrale von Alaverdi. Lobeshymne Der heilige Märtyrer Nikitas Ein wahrer Patriot ist, wer unter seinem eigenen Volk einen wirklichen Altar dem lebendigen Herrn errichtet. Athenarik der Gote herrschte durch Gewalt und brachte den toten Götzen Opfer dar. Doch der heilige Nikitas, der Soldat Christi seines Gottes, war ein Verkündiger der ewigen Erlösung. Er warf Strahlen des ewigen Lichtes durch die Nacht und vertrieb die seelenumhüllende Finsternis des Götzenkultes. Der heilige Nikitas widerstand dem Fürsten und seine tapfere Geduld erstaunte das Volk. Durch die Kraft des ehrwilligen Kreuzes vertrieb er die Finsternis und erfüllte das ganze Volk mit der Furcht Gottes. Sein Blut war das Morgenrot eines neuen Tages und sein Geist ward erhoben zu den himmlischen Städten. Im schrecklichen Feuer brannte Nikitas, doch verzerrt wurde er bis heute nicht. Mit der Wahrheit Christi wurden die Goten getauft und sie verherrlichten Nikitas den Wundervollen. O heiliger Nikitas, Stimme der Posaune Gottes, tapferer Märtyrer, wahrer Patriot. Die Zelte der Erde hast du verlassen und stehst nun in den königlichen Palästen mit den Engeln. Bete für uns, denn der König erhört dich, dass er sich unserer Seelen erbarme. Betrachtung Gott lässt sich nicht verspotten. Entweder bestraft er die Spötter, um sie zu bessern, oder er wendet sie dem zu, was sie verspottet haben. Der heilige Porphyrios war zuerst unter den Heiden berühmt für seinen Spott über das Christentum. Zu einem bestimmten Anlass inszenierte er vor Kaiser Julian und seinem Hof eine Parodie auf die christliche Taufe. Als Porphyrios in das Wasser ging und die Worte der Taufe sprach im Namen der heiligen Dreiheit, wurde seine Seele plötzlich in ihm verändert und er wurde tatsächlich ein Christ. Anstelle seiner Verspottung des christlichen Glaubens begann er den Kaiser wegen seines unreinen Götzendienstes zu beschuldigen. Dafür wurde er gefoltert und enthauptet. Etwas ähnliches widerfuhr einem Komedianten namens Genesis wahrscheinlich in der Zeit Diokletians. Dieser Genesis spielte die christliche Eucharistie einer Gruppe von Heiden vor und erfreute sie alle mit seinem Spott und Witz. Doch plötzlich verendete er sich und rief vor dem Volk aus, ich glaube und ich will getauft werden. Die Zuschauer dachten zuerst, dies sei ein Teil der Handlung, doch er bekunderte wiederum seinen Glauben an Christus. Als er vor dem Richter und dem Kaiser standhaft blieb, wurde er gefoltert und getötet. Auf diese Weise wurden Spötter Christi zu Märtyrern. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über Gottes Bestrafung eines ungehorsamen Propheten. Erste Könige Kapitel 13 Wie diesem Propheten von Gott befohlen wurde, nichts in götzendienerischen Bethel zu essen oder zu trinken. Wie der Prophet Gott ungehorsam war, indem er aß und trank. Wie er bei der Rückkehr von einem Löwen getötet wurde. Homilie Über das doppelte Zeugnis des Sohnes Gottes Ich bin es, der über mich Zeugnis ablegt. Und auch der Vater, der mich gesandt hat, legt über mich Zeugnis ab. Johannes 8, Vers 18 Es steht im Gesetz geschrieben, dass zwei Zeugen zum Beweis nötig sind. Der Herr führte den ungläubigen Hebräern zunächst drei Zeugen für sich selbst. Den Vater, seine eigenen Werke und die Heilige Schrift. Johannes 5, Vers 36-39 Dann, nach vielen weiteren Wundern und noch klareren Lehren, sagte er ihnen, dass sein eigenes Zeugnis über sich wahr und ausreichend sei. Johannes 8, Vers 14 Schließlich führte er wiederum zwei Zeugnisse an. Sein eigenes und das seines Vaters, übereinstimmend mit dem Gesetz, das zwei Zeugen verlangte. Auf diese Weise brachte der Herr die Ungläubigen auf jede Weise zum Verstummen und ließ ihnen kein Schlupfloch, abgesehen vom gemeinen Mord, durch das jene, die sich nicht von der Vernunft oder den Beweisen überzeugen ließen, fliehen konnten. Im letzten Fall, in dem der Herr sein Zeugnis über sich und das Zeugnis des Vaters anführt, will er auch zeigen, dass er in der Person getrennt und im Wesen dem Vater gleich ist. Dass diese Deutung richtig ist, wird durch die folgenden Worte bestätigt. Würdet ihr mich kennen, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Hier kommt sehr deutlich die Einheit des Vaters und des Sohnes zum Ausdruck. Und nicht der geringste Zweifel kann bleiben, dass der Herr an seiner Einheit mit seinem Vater denkt. Diese Worte beziehen sich auf die göttliche Natur, nicht auf die menschliche. Jeder, der sich die heilige Dreiheit in Form dreier körperlicher Wesen vorstellt, befindet sich in einer schrecklichen Täuschung. Allein der Sohn Gottes erschien in der Welt, im Fleisch, zur Rettung der Welt. Niemals der Vater oder der Heilige Geist. Gemäß seiner göttlichen Natur blieb der Sohn im Fleisch dem Vater und dem Heiligen Geist gleich. Er kleidete sich in die menschliche Natur und fügte sie seiner göttlichen Natur aus Liebe zu den Menschen hinzu, um sich den Menschen zu offenbaren und sie zu retten. O heilige Dreiheit, Wesens eins und ungeteilt, die du uns durch das leibgewordene Wort Gottes erleuchtet und geheiligt hast, erhalte uns bis ans Ende durch deine Heiligkeit, deine Macht und deine Unsterblichkeit und rette uns. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin. . . . . Vielen Dank.